Dann kann man sich... Dann schnapp ich mir den zu. Geh wieder hoch. Jetzt werd ich sauer. Warum? Ach. Och bitte. Darf ich ihn ersaufen lassen? Bitte. Och komm, bitte, 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 bitte. Was? Wieso geht so nicht... Warum? Warum geht... Warum geht... Wo bist du denn jetzt? Toll, danke. Idiot. Hier geht er rauf. Geh runter. Geh runter. Ich hab echt keinen blassen Dunst, wie ich da hinkommen soll. Jetzt hab ich diese blöde Riddler-Statue gesehen. Ich kotze hier gleich lang hin. Das gibt's noch nicht. Weißt du was? Dann warte ich, bis ich unten bin. Scheißegal. Geh mal rauf. Jetzt hab ich mal runter. Komm. Alter, du willst mich jetzt verarschen, oder? Nimm diesen scheiß Greifer! Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt will er nicht. Alter, das... Ne. Ja. Ach, gut. Das ist echt nicht wahr. Okay. Gut. Wir versuchen das jetzt anders. Mal wieder. So. Drauf. Auf Seil. Zack. Wirf diese... Scheiß Granate. Das kann... Das ist doch nicht dein Ernst! Aber ich hab gleich keine Lust mehr. Das gibt's doch gar nicht. Wie... Wie dämlich ist das denn jetzt gerade? Ja. Ja. So, das Problem ist jetzt nur... Das ist relativ weit hinten. Ja, jetzt komm ich natürlich nicht mehr hier weg. Ne? Es ist klar. Ich könnte natürlich den Seilwerfer benutzen. Das würde wahrscheinlich nur nichts bringen. Aber vielleicht hier oben? Nein. Natürlich nicht. Ach, weißt du was? Das ist mir jetzt so scheißegal. Das ist... Okay. Nein. Ich reg mich darüber nicht auf. Okay. Das soll doch relativ weit hinten sein. Das soll doch relativ weit hinten sein. Das ist doch noch irgendwas. Das ist doch noch irgendwas. Kein Objekt geordert. Also ich klicke hier alles mögliche durch, aber ich find nix. Also ich klicke hier auf, ich klicke hier rein, hier mal knifflig und selber rein. Also ich klicke hier in die Pflanzen. Kein Objekt geortet, kein Objekt geortet, kein Objekt geortet. Wo soll denn hier dann was sein? Das Blöde ist, ich kann jetzt auch nicht... Das ist das Industriegebiet. Ja. Oh, ja, ja. Okay, komm. Ja, komm, komm weg. Kannst du dieses coole Pärchen finden, bevor ihre Liebe dahin schmilzt? Beantworten lässt sich diese Frage nur aus... Wenn man in Arkham City ein Zeichen setzen will, braucht man einen ganz speziellen Immobilienmakler. Also entweder suche ich hier ein Pärchen. Warum nicht? Warum geht das nicht? Keiner wird geortet, keiner wird geortet, keiner wird geortet. Ich habe eine Woche im Käfig gesessen. Frage ihn mal. Bist du ein Immobilienmakler? Also ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich hier was finden soll. So, die Bilder da oben haben sich jetzt auch nicht geändert. Objekt zu klein. Ach Gott. Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen angepisst. Geh weg. Ein bisschen sehr. Na gut, es ist... Ich habe es gekriegt und... Ach, es reicht mir. So. Ein Pärchen, bevor es dahin schmilzt. Das ist bestimmt... Ja, hier muss doch... War das nicht auch hier? Nora und Mr. Freeze? Das ist ja jetzt irgendwo auch der Eingang dazu. Hier ist es keinmal im Herzen eines Schneemanns. Ich meine, das war doch hier, oder? Da steht jetzt zwar nichts dran. Ich schulde dir was, Batman. Vergiss das nur nicht wieder. Freeze. Ja, das ist... Das Einzige ist das Fragezeichen da hinten, wo ich den Punkt noch nicht gefunden habe. Das Fragezeichen selber habe ich gefunden. Aber ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, wo der Punkt ist. Dieser Ort wird von Tag zu Tag geflöcher. Tja. Ja. Da ist das Fragezeichen, aber ich sehe den Punkt nicht. Es ist Batman. Ja und? Gott, ob er... Ich frage mich echt, wo dieser blöde Punkt sein soll. Mit dem Kran hat das anscheinend auch nichts zu tun. Und die Perspektiven sind alle irgendwie... Ja, Aussicht. Ja, der Aussicht ist ein bisschen doof. Lösung teilweise aufgedeckt. Achso, vielleicht muss ich ja den Punkt auch erstmal noch aufgedeckt. Was ist das? Oh ja, ja. 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 Im Wasser auch nicht. Keine Spiegelung, nichts. Lösung teilweise... Wieso von hier Lösung teilweise auch nicht? Sofort dieses stinkende Gotham City. Mann, ich würde sogar nach Bloodhaven gehen. Ist überall besser als hier. Ach, hier ist der Punkt. Ach, wie gemein. Damit hätte ich das Industriegebiet eigentlich abgearbeitet, oder? Von den Rätseln. Yeah. Ach, Gott sei Dank. Die Amüsiermeide, da begebe ich mich dummerweise gerade hin. Park Row? Ach, und auch unsere Rätsel. Okay. Ja, Wonder City muss ich letztens sprechen wahrscheinlich auch nochmal machen. Ja. Es wird immer weiter schneien. Hatte ich das... Hatte ich nicht geholt? Ich dachte, die hätte ich geholt. Also, äh, dachte ich... Was vielleicht das Problem war. Ich dachte... War das das Ding nicht, wo ich reingleiten musste? Wird Arkham City schon bald schließen. Aber wo kommen wir dann hin? Irgendwie ist es besser, als Strange und Joker weg sind. Ach, ne, das ist was für Catwoman hier. Das ist eine normale Riddler-Trophäe, aber... Ach, Quatsch. Nein, ich versuche mich jetzt immer darauf zu konzentrieren und... Lande im Wasser. Ja. Mein Gott. Nein, acht. Das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt versuche ich ernsthaft mal dran zu denken... Den Seilwerfer zu nutzen. Und der geht hier nicht. Ach doch, er geht nicht. Aber er geht nicht auf Seil. Wieso geht das jetzt... Oh, ey. Eben gerade ging's doch. Warum geht's denn jetzt nicht mehr? Lass mich verarschen. Ich versuche es trotzdem, dass es dann vielleicht doch eher... Catwoman holt. Wenn ich Bruce Wayne finde, sacke ich die Belohnung ein und kaufe mich frei. Mach das mal. So, Catzy, Betsy. Kommen sie mal her, hier. Wie soll es in den 70ern? Nicht wirklich. Was bist du denn für eine, ey? Schade eigentlich. Ich dachte eigentlich, die passen sich auch da. Ich glaube, das wird mir gefallen. Wie gesagt, bei dem Comic-Style war es es ja auch. Oder hat sie sich auch mal irgendwie passt gehabt. Schade. So, äh, bitte da dann. Kann ich mit ihr vielleicht auch kurz durchs Stahlwerk gehen? Da sind bestimmt auch der ein oder andere... Parten, den sie halt übernehmen können. So, mach mal hier. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Es ist so wahnsinnig toll. Äh, was ist... Oh, das gibt's doch nicht. Ich dachte, jetzt landet sie genau zwischen Boot. Auf dem Rest. Ach, das geht nicht. Ich muss tatsächlich mit diesem blöden... Seilwerfer da lang. Das ist ja echt Glückwunsch. So. Aber ich hab jetzt gedacht, ich geh jetzt mal ins Stahlwerk. Ja. Im Stahlwerk gibt es noch das ein oder andere... Kätzchen-Trophächen. So, äh... Wo geht's denn da rein? Äh, voraussichtlich da. Ich will ja zumindest nicht durch den Schorn stammen. Das darf ich mir. Was ist mit Ende da los? Hallo? Hallo? Warum kann ich... Okay, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Hm. Jetzt bist du Totschlampe. Sie ist hier drüben! Hä? Ich hab das nur da gefunden! Ach, wie oft... Was? Das ist ein Zöligermal. So. Einschüchterungs-Bonus. Okay. Gehen wir mal ins Stahlwerk. Guten Tag! So, jetzt mal als Katze... Ich glaub, es waren drei Stück, ne, oder? Muss ich gleich nochmal gucken. Äh, eins... Zwei, drei, vier, fünf... Ne, und... Ein, zwei mehr. Arme Harley. Oh, ist das Ding noch an? Wann kommen die denn? Ähm... Oh, okay. Ich müsste erstmal vom... In den Kühltunnel. Äh... Was? Wie jetzt? Wie soll ich denn da hin? Ähm... Ich hoffe, dass ich da irgendwie... Ja. Ach, Mann, ich hasse das! Okay. Weißt du, was ist das scheiße Stahlwerk? Ich werde jetzt mit Batman da rein und... Äh, was? Was?